Verzweiflung Nummer 1 Ein kleiner Junge lief durch die Straßen und hielt eine Marke in der heißen Hand. Es war schon spät, und die Kaufleute maßen mit Seitenblicken die Uhr an der Wand. Er hatte es eilig, er hüpfte und summte, ein halbes Brot und ein Viertelpfund Speck, das klang wie ein Lied, bis er plötzlich verstummte. Er tat die Hand auf, das Geld war weg. Da blieb er stehen und stand im Dunkeln, in den Ladenfenstern erlosch das Licht. Es sieht zwar gut aus, wenn die Sterne funkeln, doch zum Suchen von Geld reicht das Funkeln nicht. Als wolle er immer stehen bleiben, stand er und war wie noch nie allein. Die Rollläden klapperten über die Scheiben und die Laternen nickten ein. Er öffnete immer wieder die Hände und drehte sie langsam hin und her. Dann war die Hoffnung endlich zu Ende. Er öffnete seine Fäuste nicht mehr. Der Vater wollte zu essen haben, die Mutter hatte ein müdes Gesicht. Sie saßen und warteten auf den Knaben. Der stand im Hof. Sie wußten es nicht. Der Mutter wurde allmählich bange. Sie ging ihn suchen, bis sie ihn fand. Er lehnte still an der Teppichstange und kehrte das kleine Gesicht zur Wand. Sie fragte erschrocken, wo er denn bliebe. Da brach er in lautes Weinen aus. Sein Schmerz war größer als ihre Liebe. Und beide traten traurig ins Haus.